Hallo, willkommen wieder in meiner Küche. Heute möchte ich für euch sufte, süße Hörnchen machen. Und zwar habe ich sie gefunden im Internet. Da gibt es eine Frau, die hat eine ganz, ganz tolle Seite gemacht. Und zwar heißt die Slava. Und da guckt ihr einfach mal im Internet. Ich kann euch diese Seite nur empfehlen. Denn die hat so tolle Rezepte und Ideen und so weiter. Guckt einfach mal rein unter slavakorn.com. So, also heute dieses süßen, soften, leichten, guten, leckeren Hörnchen. Dazu habe ich jetzt schon Vanillepudding geguckt. Und zwar so eine ganz konzentrierte Form. Und zwar ist der dann etwas dicker wie sonst. Und das macht ihr mit 250 Milliliter Milch. Vier bis fünf Esslöffel Zucker. Ein Päckchen Vanillepudding. Und das Ganze kocht ihr ganz normal in eurem Topf auf dem Herd aus. Und lasst es dann bitte abkühlen. Jetzt machen wir den Teig. Gleich geht es weiter. So, jetzt geht es zum Teig. 250 Milliliter lauwarme Milch. Das schreibt ihr jetzt so, weil sie wahrscheinlich keinen Thermomix hat. Wir füllen jetzt einfach mal so ein. 250 Milliliter. Einen halben Würfel Hefe. Drei bis fünf volle Esslöffel Zucker oder nach Gusto. Ich habe die schon mal gemacht. Und ich muss euch sagen, für mich war der Teig nicht süß genug. Wenn ich schon so süße Teilchen mache, dann möchte ich die auch als süß haben. Ich mache heute mal, statt fünf, mache ich mal sieben oder acht rein. Ich mache mal nur sieben. So, und dazu kommt, ne, dazu kommt jetzt gar nichts mehr. Das Ganze müssen wir jetzt verrühren. Wir machen das immer so, diese Hefe auflösen. Das wird ja immer bei 37 Grad und zwei Minuten gemacht. Das stellen wir jetzt, Moment, 37 Grad. Und zwei Minuten. Und das Ganze lassen wir jetzt laufen, damit ich nicht wieder eine Sekunde. Eben ist die Hefe aufgelöst. Ja. So, weiter kommt hinzu. 500 Gramm Mehl, Typ 550. Ich habe es auch schon mal mit 405er gemacht. Klappt genauso. Also, was habe ich gesagt? 500 Gramm. Na, jetzt ganz genau 500 Gramm. Eine Brise Salz. Eine Packung Backpulver. Ein Eigelb. Sie ist ganz reingefallen. Wartet mal. Ich hole es mal wieder raus für euch. Moment. Ich bin gleich bei euch. Peinlich, peinlich, peinlich. Okay. Wer es nicht kann. Habt ihr das gesehen? Das wollte schon wieder durchrutschen. Ist das stöchig. So, aber jetzt. Ein Eigelb. Rein mit dir. Du riechst mir nicht mehr. 100 Milliliter Öl. Ich nehme... Hängen geblieben. Ich nehme da immer 100 Milliliter Rapsöl. Das ist so ein ganz neutrales Öl. Früher habe ich immer Sonnenblumenöl genommen. Und bin jetzt ein bisschen gewechselt auf Rapsöl. Ich finde es einfach ein bisschen besser. 100 Milliliter. Wer bietet mehr? Und das Ganze wird jetzt vermischt. Jetzt möchte ich mal gucken. Alles schön verkneten. Vier bis fünf Minuten. So, dann stellen wir unsere Zeit ein. Fünf Minuten. Auf Knetstufe. Und nach den fünf Minuten sehen wir uns gleich wieder. Fünf Minuten sind um. Kommen wir uns mal den Teig an. Ich habe heute noch ein bisschen mehr Mehl dazu reinschütten müssen. Ich beobachte einfach immer meinen Teig. Ich kann es euch nicht sagen, an was das ist liegt. Manchmal braucht ihr kein Mehl dazu. Manchmal muss ich noch ein bisschen Mehl dazu kippen. Heute habe ich noch ein bisschen Mehl dazu gekippt. Reift einfach immer mal so zwischendurch euren Teig an. Ihr fühlt es dann schon, ob der zu klebrig ist oder ob der ganz in Ordnung ist. So, meiner Meinung nach ist er jetzt in Ordnung bei mir. Und jetzt holen wir den mal raus. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Schüssel machen. Ihr braucht da nicht unbedingt einen Thermomix dazu. Aber die meisten bei uns in der Gruppe haben ja einen Thermomix. Und unsere Gruppe heißt ja auch Pembert Chef Meats Thermomix. Also gehe ich mal davon aus, dass die meisten einen Thermomix haben. Aber machbar ist das natürlich auch ganz normal in einer Schüssel. Ich mache das nochmal. Ich will das nochmal ein bisschen besser rauskriegen. Das hängt doch noch ein bisschen fest im Topf. Ihr alle kennt ja den Trick. Auf Tourpuppen. Dann schleudert es den Teig an die Wand. Dann kriegen wir da nochmal ganz schön was raus. So. Aber heute ist er wirklich klebrig. Keine Ahnung warum. Mir hat eine Dame gesagt, wenn du so einen klebrigen Teig hast, mach doch mal deine Finger ölig. Und dann werde ich das jetzt einfach mal beherzigen und gucken, ob das auch wirklich stimmt. Dass die Finger nicht so kleben. Aber der Teig, der klebt mir heute wirklich zu arg, auch schon am Stein. Der ist wirklich, ähm, muss den doch nochmal ein bisschen mehr dazu machen, glaube ich. Vielleicht liegt es ja auch an dem 550er Mehl. Also wie gesagt, da habe ich letztes Mal nicht gehabt. Da habe ich 405er genommen. Wenn ihr da Tipps dazu habt, ähm, sagt es mir einfach. Ich lerne da auch gerne dazu. So, aber jetzt ist es, ja, jetzt sieht es besser aus. Ja, ich mache das noch ein bisschen sauber da unten, kratze das ein bisschen weg. So, und daraus machen wir jetzt eine Rolle. Und sie schreibt sechs bis acht Stück. Ich habe das ja, wie gesagt, schon mal gemacht. Und ich habe auch sechs bis acht Stück gemacht. Aber das war dann so ein Riesendinger, dass ich gedacht habe, nee, die sind wirklich zu, zu groß. Ich mache daraus das Doppelte. Schauen wir mal. Neunzehn. Ja. Machen wir da noch zwei draus. Dann gucken wir mal. Okay. Das kratze ich noch ein bisschen runter, was sich da festgesetzt hat von dem Teig. Der ist wirklich, vielleicht liegt es auch an der Temperatur in der Küche. Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber habe ich noch nie gehabt. Ich mache da wieder von unserem guten Spreng drauf. Rapsöl in dem Zerstäuber. So, und jetzt nehmt ihr diese Teilchen und macht so Fladen draus. Und ich hoffe, dass man das jetzt gut in der Kamera sehen kann. Man macht solche einzelnen Fladen. total lebegräut. Aber es geht. Es geht wirklich. So. Und wenn ihr dann so einen Fladen habt, dann macht ihr da solche Einkerbungen rein. Und zwar so, dass das oben noch geschlossen ist und hier eine Seite ist, wo nicht eingeklebt ist. Und dann nehmt ihr euren Pudding und gebt den so drauf und rollt den Teig mit dem Pudding, das macht das so ein bisschen breiter, einfach so auf zu einem Hörnchen. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht kann man das jetzt ein bisschen einfangen mit der Kamera, dass man sieht, was wir schöne Hörnchen, dass es gibt. Und ich mache das jetzt mal mit allen so. Und wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich die alle zubereitet habe. Die Soften Hörnchen sind jetzt fertig. Das war heute echt eine schwere Sache. Es ist hier total drückend und ich kann es nur da drauf schieben, dass es einfach hier total drückend ist in dem Raum. Und ihr seht auch, die sind ein bisschen zerlaufen. Das ist mir noch nie passiert. Macht aber nichts. Die Dinger schmecken trotzdem gut. Die werden jetzt noch fertig gemacht. Ihr verquirlt noch ein Ei in der Tasse und verstreicht die über die Hörnchen. Es gibt dann so eine schöne, sufte Farbe. Und was ihr auch noch drauf machen könntet, das wären jetzt so gerubelte Mandeln oder Hagelzucker oder was ihr halt gerne drauf haben möchtet auf diesen Hörnchen. Und wenn wir jetzt das alles bestrichen haben, dann rufe ich euch nochmal dazu und dann zeige ich sie euch fertig, bevor ich sie einschiebe. ist da hinten eingepinselt. Das Ganze kommt jetzt in den Backofen und zwar für 15 Minuten. Man hat die Gute auch geschrieben, bei wie viel Grad. Ich glaube, das hat sie ganz oben geschrieben. 15 Minuten. Ich sage es euch später, bei wie viel Grad. Ich finde es jetzt gerade nicht. Aber ihr wisst, Zauberstein immer in das unterste Einschubfach auf den Rost legen. Ich sage euch später, bei wie viel Grad. Bis gleich. Als 15 Minuten wurden 20 Minuten. Ich weiß jetzt auch, wie viel Grad er sich einstellen müsste. 200 Grad, Leute. 200 Grad. 20 Minuten hat sie jetzt bei mir gebraucht. Jetzt sind wir die Teile schon raus. Und es sind wieder Wuchtummen bei mir geworden. Ich mache halt immer alles groß. So, schaut mal. Jetzt haben wir die mal runter. Ich mache mal eins runter. Und zeige es euch mal in die Kamera. So, wie es jetzt aussieht. Jetzt sieht man was. Sieht man was. Gut. Ihr seht, das ist so ein ganz schönes Muster geworden. Das sind diese Teile, wo ich so eingeschnitten habe. Habt ihr ja gesehen. Hinten kam dann Pudding. Das Ganze habe ich aufgerollt. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Der Teig ist sehr fluffig. Ich gehe nochmal zurück. Die sind noch ganz heiß. Ich zeige euch nur, was ich jetzt noch drüber mache. kommt noch ein bisschen Puderzucker drüber. Ich mache den Geschmackstest für euch. Aber die Dinger sind noch total heiß. Also die sollten jetzt erst mal ein bisschen auskühlen. Aber ich will euch ja teilhaben lassen. Mh, fantastisch. Wirklich total lecker fluffig. Da innen kommt jetzt die der Vanillepudding. Ich habe mir gerade eine Tasse Kaffee gemacht. Mein Kopf braucht ein bisschen mehr Kaffee. Irgendwie. Das Wetter vertrage ich nicht so. Ich setze mich jetzt gemütlich hin. Esse mein Stückchen. Trinke eine Tasse Kaffee. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis demnächst. Macht's gut. Eure Martina. Bis zum nächsten Mal.